hallo liebe facebook freunde dieser wunderschöne sommer nägt sich langsam den ende entgegen aber bei uns wird es hier noch mal richtig heiß am 5 9 kommt unser werkstatt comedy mix wieder nach neustadt und wer nicht ins schwitzen kommen will sollte rechtzeitig die karten ordern denn es gibt nur noch zwölf ticket seid dabei bis dann tschüss